ja ich stehe in einem kartoffelacker auch der wurde heute morgen ohne ankündigung mit was haben wir 1 2 3 4 lagern durchschnitten so dass ich den nicht mehr ernten kann erntereife kartoffeln hätten die mir was gesagt hier liegen sie erntereife kartoffeln hätte ich das gewusst hätte ich die zwei tage gebraucht um die zu ernten jetzt keine chance mehr hier mit dem kartoffelroder irgendwie durchzukommen geschätzter schaden 50.000 euro wahnsinn wahnsinn erntereife kartoffeln lebensmittelzellen also überhaupt nicht unglaublich